Willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wanda. Ich hab mal ein bisschen die Musik rauf gedreht. Und heute... Alright! Spielen wir mit Peach. Ich bin gespannt, wie bei ihr alles aussehen wird mit den neuen Power-Ups und alles. Außerdem haben wir hier ein weiteres Abzeichen-Testchen mit Klimmsprung 1. Einem Abzeichen, den wir noch gar nicht haben. Ah, wir kriegen das einfach geschenkt. Wir kriegen das automatisch. Kriegen wir das auch am Ende geschenkt dadurch? Oder wie wird das aussehen? Klimmsprung. Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Ja, ich teste mal mit dieser Folge, ob die Audio so in Ordnung ist für euch. Jetzt folgen... War auch noch in Ordnung, aber auch nicht so krass. Ah, das ist einfach ein Wandsprung! Schaffst du das? Ja, ich hoffe doch. Okay, wir haben einen Wandsprung bekommen. Wohe! Der Pi! Peach freut sich schon. Das ist lustig, wie Peach einfach aussieht. Die ganze Zeit. So lang geswatcht werden die auch hier. Die haben wir hier StarCoin, damit wir natürlich alle sammeln. Also sind keine StarCoin, die Zehnermünzen. Ja, das ist einfach Zehnermünzen, glaube ich. Das sind sie ja eigentlich. Aber man merkt wirklich, einfach bei diesem Spiel ständig, dass man hier wirklich einfach in der nächsten Generation an Mario-Spielen angekommen ist. Und das freut mich. Das freut mich einfach. Verdammt! Ich schaff diesen einfachen Sprung nicht. Ich fahr mich auch von wo diese ganzen... Nein, stopp. Von wo diese ganzen Blüten immer kommen, wenn man springt. Wüsste ich mal? Hier, die Blüten. Oh, das ist schon das Ziel? Aber uns fehlt noch eine Coin. Ich wette, sie ist hier oben. Ja. Na, dankeschön. Ja, warte. Ha! Ja! Good job, Peach! Good freaking job! Yeah! Yeah! Wir werden wahrscheinlich heute den ersten Abschließen. Zumindest was es geplant ist. Du, 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 ba-bam, ba-bam, wa-wa-wa. Tata! Ja, wir haben irgendwie zwei verschiedene Peach Characters. Einmal diese ganz nette Girly Peach. Einmal diesen Girlboss-Peach, wie man auch aus dem Mario-Film kennt. Toil gemacht! Wir haben sogar das Abzeichen, dass du gerade im Fernsehen das geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, warum nicht? Ruh mir ein bisschen aus. Aber die anderen können wir ja geleiten. Wie Peach noch mal was ich kann. Na, egal. Was soll's? Wir haben hier eine Röhre. Wo führt sie denn hin? Höh! Oh, das sieht ja cool aus. Blick in die Sterne. Wie lange die erste Welt geht, oder? Voll krass. Interessiertest du dich wie die Sterne an des Levels? Level, die viele Sterne haben, können eine große Herausforderung sein. Das war im letzten Part schon gesehen. Aber lass dich davon nicht abhalten. Nein, ich soll nicht. Wenn jemand Profi ist, dann wir. Ich... He-he. Kampf Party? Zwei Sterne, drei Sterne, aber mal alles nach drei. Spike-Versteck im Senk-Rührental. Let's go! Moshi und Mopsis, alle kein Schaden. Ja, weiß ich. Das ist dunkel. Aber so viel abwechselnd direkt in der ersten Welt schon. Also, das ist echt der Hammer, finde ich. Hübsches Kleid, aber sie hat den Ponytail, den sie eigentlich hat. Na, Feuerblume. Wie wir das auch aus, ähm... Super Mario World kennen. Äh, Super Mario World. Natürlich. Spike sind cool aus. Die sehen cool aus. Da oben ist was. Da seht ihr's. Da oben. Komm ich da hin. Vielleicht die Blume da unten aktivieren? Das kann sein. Ich hatte kurz. Hilfst du mir? Ja. Ja, die Blume zu aktivieren, das bewegt was. Bong. Was macht was? Wasser. Ja, ich hab keine Elefanten gerade dabei, ne? Oh, der war meint. Yowie! Oh Gott. Leute. Warte, wenn ich gleich in der Oberfläche, ja, äh, an der vorderen Seite bin, da muss ich euch ja mal Piech zeigen. Ah doch, es gibt Ranken immer noch. Okay. Interessant. Aber ist nichts. Oder ist hier was? Nee. Ah, nur on up. Und der Rote Hörschi kriegt mehr. Wird so ein Vorzug, man? Jetzt schaut euch mal. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ich wollte... So, bin wieder da. Also, was ich eigentlich sagen wollte, und ich hab jetzt meine Abzeichen geändert, ist einfach das Piech von allen Charakteren, die den Elefanten haben können. Die Elefanten-Power hat. Ich find, Piech sieht da am seltsamsten aus. Also, ich weiß nicht, was ich nicht dabei gedacht habe. Ihr so viel... Naja, sie hat halt so viel... Naja, es sieht halt aus, wie das alles haut. Und es ist alles einfach... Und unterm Rohr... Ach, egal. Ich red nicht mehr drüber. Auf jeden Fall, es sieht seltsam aus. Und mir gefällt es nicht. Na gut. Aber... Dazu auch... Was? Das nenne ich Musik? Wo sind die Musik? Da können wir Feuer werden. Na... Ja, komm, ich glaube, das ist meine Feuer. Fühle ich mich sicher damit. Aber ich hab's auch schon gesehen. Ihr kriegt eine pinke Kappe. Wie soll's denn da sein Abzeichen traut? Sehr interessant auf jeden Fall. Very interesting. Komm, das heißt doch. Nein, ach egal. Was soll's? Wir kommen da lang. Wow. Warte, was? Bissin Röhre. Oh, ist da kein. Ja, warte mal. Cha-ching. Ich hab' da runter. Ach, einfach drauf stehen bleiben. Ah. Okay. Hast du was zu bedeuten? Nein? Okay. Aber das ist doch schon was zu bedeuten, oder? Deaktiviere ich das. Gibt's denn ne Wunderblumen in der Nähe? Ich hab' schon länger nicht mehr gesehen. Hey. Gehärtsberat gespoilert. Ja. Hey. Da oben ist was. Da oben muss was sein. Ah. Boah. Okay. Ich komm da nicht hoch. Ich komm da einfach nicht hoch. Verschwinde mal bitte. Lass mich nicht gleich treffen bei dir. Okay, das geht nur mit dem Wandsprung, glaube ich. Hab' den halt abgelegt jetzt. Ja, hier ist es vorbei. Da oben ist wahrscheinlich die Wunderblume oder so. Okay. Hab's verstanden. Ich bin immer noch so fasziniert davon, dass das Spiel, das Spiel wirklich viel größer und länger als erwartet. Und wenn das wirklich acht Welten sind, wie sonst immer, dann wow. Dann wow. Ehrlich. Okay. Ich mach' das kurz mit der Abzeichen. Kann ich jetzt hier auswählen? Ja. Das hier. Klimmsprung. Schaut euch mal Prinzessin Piet an, wie die hier. Majestätisch in der Luft rumspringen. Wihihi. Wihihi. Oh. Wohin auch nicht. So, warte. Ja, hab' ich gemerkt. Wir müssen den erst mal ausschalten. Jetzt sind wir nicht mehr zu schwer. Und jetzt sollten wir... Ah, wie mach' ich das? Ähm... So. Ja. War die richtige Idee? Ich weiß nicht, welche Richtung... Ah, nach rechts. Okay. Warte, was? Das war nicht richtig? So kriegt man nicht die Wunderblume? Okay. Ich hätt' ihm nicht gedacht, dass die Wunderblume immer so versteckt sein würde. Ich dachte, die wäre immer super einfach zu entdecken. Dann wiederum... Warum kam ich hier eigentlich nicht lange? Oh, doch kann ich! Oder? Warte? Nein? Da brauch' ich einen Elefanten für. Warte, den kann ich mir eben holen. Aber das sei' ich nicht. Oh, etwas anderes ist mir aufgefallen. Dafür musste ich nochmal das Abzeichen ändern. Ist diese Röhre hier. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Nein! Nein! Oh! Okay. Ich hab's fast. Nein! Ach Gott! Das ist schwerer, als man denkt. Ah, ne. Von der Seite ist das schwieriger. Okay. Yes! Ne, was? Was? Jetzt komme ich nur hier wieder raus. Wow! Ist nicht dein Ernst, oder? Okay, egal. Kleine Challenge am Rande. Warum nicht? Kann man machen, oder? Was meint ihr? Das kann man noch machen. Okay. Ich wechsel's zum Elefanten. Kilo kurz die Piranhas. Mit den Nerven. So, und jetzt? Was fügt das hinzu? Was fügt das hinzu? Bonus? Aber das kommt... So komm' ich nicht weiter? Was zur... Hölle? Hä? Alles klar. Ich geb's zu, das hab' ich nachgeschaut. Wow. Äh... Los geht ab. Hör, wie die tanzen? Wow. Was hat man denn jetzt schon wieder genommen? Was für ein Triff. Keine Ahnung, das sind Spikes. Die machen wachsen hier. Das sind irgendwelche komischen Spikes. Ja, Mann. Jetzt mit der... Yeah, mit der lauteren Musik. Los geht's. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Ha. Wow. Wow. Yahoo. Yippee. Die kommt hoch. Yeah. That's right. Jetzt sieht der wieder komisch aus. Na gut. Böse versteckt. Das kann ich einfach nur so sagen. Böse versteckt. Aber Elefantenpeach, die sehr cursed meiner Meinung nach aussieht, immer noch, hat's erledigt. Ich glaube, sie würde besser aussehen, wenn sie Haare hätte. Weiß auch nicht. Was meint ihr? Das ist doch ein schöner Screenshot, oder? Das war doch schön. Schöner Moment. Yeah. Okay, machen wir mal eine Kampfparty. Röhrenfels Arena. Das ist neun Kampfparty? Äh, nee, sowas gab ich nicht. Es gab's auch schon mal. Römer die Power-Ups abzeichnen von Möglichkeiten. Siehle Gegner. Das teilt sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Bist du besonders schnell erhältst zusätzliche Belohnungen, verrissereien oder gemeinsam mit Freunden. Okay. Äh, ich bleibst du. Oder muss ich jetzt mich einzuscheiden? Äh, äh, ich bleib beim Elefanten. Nimm doch gleich zwei. So. Nee, hä? Achso, jetzt verstehe ich's. Ja, jetzt verstehe ich's erst. Aui, saui, da geht's rein. Ich dachte, von da kamen wir oder so. Nee, nee. Das ist aber cool. Okay, los geht's. Alle besiegen innerhalb des Zeitlimits. Haben wir Zeitlimits? Nee, es geht einfach nur. Ich muss einfach nur schnell machen. Okay, das kriegen wir doch hin. Schnell machen, das ist meine Kunst. Ja, genau. Die Zeit geht weiter. Ich weiß nicht, ob man am Ende was bekommt dafür oder ob das einfach nur für Freunde ist. Und nice, schon eins von drei. Alright. Was geht das, wenn die Coopers? Nee, es sind die Latschen and Pirata Plans. Bam, 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 bam. Noch mehr von denen. Noch viel mehr von denen. Aus den letzten... Habe ich dich. Ich würde schon sagen, ich stelle mich mal nicht vor. Oder? Ich habe ein Problem, um in die Rüche zu kommen, als jedenfalls. Wie wir die bekehlen, wissen wir schon. Einer ist einfach so gestorben. Habe ich nix gegen. Können sie machen. Bam, bam, bam. Das ist der nächste. Bam, bam, bam. Und du als allerletztes. Tschüssi. Also mit Vollblumen ist das schwieriger. Aber ich mache jetzt Speedrun. Yay. Wuhu. Wuhu. Unter 70 Sekunden kickt man alles. Okay. Ja, perfekt. Wunderbar. Ich mache diese Spike-Statue. Die sieht cool aus. Ah. Das ist jetzt nicht erst das Trophäe darstellen soll. Die Pernerpflanze. Cool. Cool, cool. Röhrendickicht im Sumpf. Rappticko. Ach, in der Nähe von Sumpfen gut drauf, wo du hintrittst. Äh, das sollte offensichtlich sein. Wir wechseln mal. Weil ich kann nicht die ganzen Elefanten sehen. Oh, leih, wie die sehr hochkrabbeln. Das fährt mir auch erst jetzt auf. Nein. Ich will aber... Warte. Mano. Ey. Nein. Ja, komm, ich muss wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es wichtig für das Level. Also man geht hier sehr viel. Jetzt habe ich sowieso keine andere Wahl mehr. Na gut. Hey. Dich kennen wir doch, oder? Ach, der Arme. Guck dir an. Hopplopp. Das war ein gutes Design. Ich weiß nicht, wie den Trikanten ist. Auf jeden Fall. Ich bin mir vertraut aus. Keine Ahnung. Ist da oben was? One up oder so? Also da oben hätte ich auf jeden Fall one up versteckt. Was sage ich? Ich kenne euch zu gut. Zu viele Mario-Spiele gespielt, um das zu wissen. Blonk. Weißt du was? Nö. Schade. Ich finde die Tinger ja eklig. Ja, kann ich verstehen. Ist doch so seltsam aus. So fake Coopers einfach. Weiß nicht. Na ja. Was soll's. Ich helfe dir. Achso, ich habe was in der Hand. Da kann ich es machen. Bam. Platsch. Platsch, Platsch. Kommt ins Boden? Ja. Oder was heißt Boden? Mehr. Nö. Nö. Ähm. Ja. Ähm. Nehmen wir den Wandsprung. Ich glaube, der ist hier wichtiger. Und richtiger. Und. Warte, ich bin am Anfang des Levels? Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Die packen mich wirklich am Anfang des Levels? Das ist ja. Achso, ja. Ich muss halt meine eigenen Tickpoints eigentlich reinsetzen, ne? Wo mache ich das denn mit welchem Knopf? Warte mal kurz. Nein, warte mal. Ich bin hier one up. So. Mann, ich will doch noch was ausprobieren. Ey. Yay. Nein, kein Yay. Wow, wie sau. Wie mache ich das? Ich meine, ich bin bei der eigenen Tickpoint. Wie ist denn dies? Wie mache ich die? Nee. Dann habe ich die Appliate noch gar nicht freigeschaltet, die reinzusetzen. Irgendwie nicht. Irgendwie kann ich gar kein Spawn. Sehr seltsam. Dass das noch gar nicht geht. Naja, das sagtest du bereits, Kumpel. Nee, ich weiß es nicht. Ach, komm. Ist man auch so schack genug? Ja, aber nicht so stark. Na komm. Jetzt stirb. Wir gehen müssen. Immerhin. Immerhin. Boah, das war sehr riskant. Boah, ich hasse das. Meine Güte. Ja, ja, es gibt schon Checkpoints. Klar, aber... Es gibt eigentlich auch die... Oder gibt's die nur online? Das kann sein, dass man die nur online hat. Okay, das ist ein Rätsel. Erstmal die Röhre schieben. Und dann die Röhre schieben. Passt zusammen wie Lego. Und... Was passen jetzt? Ah, dich haben wir wieder. Wir haben wieder diese wunderbare Musik, die immer dann kommt, wenn alles in Ordnung ist. Mir geht's gut. Ja, genau. Genau dann kommt sie. Komm, geh mal in die Richtung da rum. Wackelt der Hintergrund so rum. Das ist irgendwie schon ziemlich creepy. Ich weiß es nicht. Frag mich doch nicht irgendwas, was ich nicht weiß. Ja, ich versuch's ja. Boah, müssen wir rein? Für eines Tage, die... Ich hoffentlich im... Nein, ich hab was immer sehen. Och, ne. Mann! Wie kann das jetzt nicht so schwer ist? Aber okay, wir hatten ja auch sehr viel Zeit zum Proben mit Mario Maker alles. Also. Ja. Alright. Hooray! Ja, war das nur ein Traum. Du... Du bist ja das nur ein. Wow! Nein! Nur Exzellent! Das wird so schlecht. Das wird so schlecht. Nein, das wird so schlecht. Nein, das ist natürlich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Das geht nicht, das geht nicht. Du freust dich. Ich freu mich gar nicht. Ich bin total am Boden zu stehen. Tada! Das war mal ein Trip. Was soll man die nehmen? Das brauche ich auch. Äh, was? Egal. Wait, was? uns fehlt nur die starke ich will nur die eine starke ich kann mir forschen dass es hier irgendwo ist wenn man nicht das ding benutzt die gehen runter aber die verstecken nichts oder das untertruck glaube ich ich komme mal in den letzten normal abschließt das nicht übersehen habe schon sagt dann ich dachte könnte man hier hoch sprung aber das funktioniert leider auch nicht okay ich hab's nachgeschaut wir brauchen elefanten power up und hier wo der dude ist der erste denn hatten wir das erste ding gefunden und mussten die röhrer hier zusammensetzen dann kann man das erste dran das zweite ist direkt nebenan hier weg machen die gegner besiegen so und das einfach über die rein weiß nicht also das ein starkes versteckt spiel ist nicht einfach und das freut mich ja leider schon aber soweit ich weiß kann ich jetzt das level beenden und ich behalte alles richtig alles was in der mann sammelt wurde gehen verloren das ist nicht egal ich mache es aber kurz vor ende ach was ein wunderschönes bild oder gut damit sollten jetzt jedes einzelne level abgeschlossen haben bis auf eines und das eine ist das boss level was ich jetzt anstreben werde wie gesagt die 6 jetzt mache ich noch ich weiß noch nicht genau wann aber machen wir noch frei das castle damit wir da ihn eindringen können bauer junior muss hausarrest bekommen palast der röhrenfelsenwiese ich hoffe das ist jetzt ich weiß es nicht schauen wir mal los geht's jetzt ist der pass an der reihe nicht vergessen dass wir erdrücken kann und das ist nicht zu wechseln ja ja kein problem ich weiß nicht sieht komisch aus was ist cool aus hier neue musik auch die knochen kumpels das ist böse das wiederum ist nicht das wegschieben manche kann man schieben aber nicht guck dir das an super mario bus like das versteckt ja ein paar münzen ich natürlich mache ich mitnehmen wollte ich sagen wir kommen raus es ist so cool alles ohne witz ich habe gerade so spaß ich habe ein bisschen angst dass die lava gleich hoch geht die grüne da war ich nur kurz bemerken sehr interessant nicht rein da waren wir dran wie mache ich das ich bin hier rüber das war nur eins er ist tatsächlich nach dem checkpoint durch eine der röhren habe ich hier ja ja hier durch was denn jetzt sieg ist bedrohlich wo alles herunter das bar gesehen von denen hast du natürlich dass du ich bin es gut neuen weg mit der blube dass das wahrscheinlich zweimal machen wo alle zerfallen sind auch so cool aber hier ist nicht so genau i can go back war einfach rüber einen einfach rüber rennen einfach nicht springen dass war auf geht aber wir sind direkt wieder im game drinnen ich sagte wir ignorieren den und rennen mal zurück auf der rad waren sollte eigentlich relativ schnell games alles zusammen haben bleibt da zum glück gespeichert das heißt etwas bleibt zumindest leider mein skill nicht hier muss ich mir wieder neu holen hier scheint zu schnell manchmal für das spiel soll das nicht nett so soll man daran okay okay aber was habe ich wieder gelacht ja der mensch ein schloss in einem schloss eigentlich gänsehaut auch so hin die alda hat so viel gelernt letzter zeit die schafft das jetzt auch das wäre die kleinen furz auch gar nichts als das etwa du kannst mich aufhalten na gut dann lassen spielen habe ich wunderkraft ist hier überall du hast absolut keine chance gegen mich aber es macht mir spaß die man verliert es zu sehen gleiche prozedere wie immer doch nicht dunkle magie gibt ihm neue kraft bohr sieht der cool aus ich bin riesig du bist klein und wird das nicht so groß gebracht oder boing 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 hey komm runter komm runter da bams einfach drauf stampfen was macht er jetzt nein wo äh wir haben auch reingewechselt glaube ich wir brauchen die mini pils ja auch den schon komm verwandelt bam oh jetzt ist ja richtig wütend drei treffer reichen nicht bam ne boing ah doch doch reichen ja interessanter boss aber natürlich wieder zu einfach oh heul doch rum wir halten boah sieht die cool aus die königs wundersamen irgendwas königsamen genau yeah wohoo just what i needed das erste schloss wird von bausers böser magie befreit alle sind glücklich doch das abenteuer wird gerade erst begonnen und so gelang ist peach und den prinzen den palast zurück zu erobern mit dem geretteten königsamen wenden sich sich wenden sie sich sicher bauser wenn sie sich wieder bauser zu der mit dem schloss verschmolzen ist können sie bauser aufhalten bevor er seine finsteren pläne die tat umsetzt bis zum nächsten folge nein noch nicht noch schauen wir mal was die zweite welt zu bieten hat plopp nice die blüten inseln liegen direkt vor uns dieses wunderschöne archipel ist das herz des blumenkönigreichs los schleppen wir uns diesen bau sah auf jeden fall los geht's was blüteninsel genau wenn zwei die blüteninseln keine wüstenwälder wasser wird was anderes freue ich mich dieser bausau muss doch hier irgendwo stecken mitten in der mitte meine piranha wolken werden alle stören friede fernhalten deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren jedes noch so kleine bisschen wunderkraft zu sammeln sobald ich genug ein großes wunder habe wird die welt mir gehören doch klar gucken wir noch die dinger was passiert jetzt der könig samen der greift bau sahen wenn diese firma was zum wo ist denn die piranha wolken was habt ihr getan es sind alle schlösser befreien damit wir gehen bauern kämpfen können in der mitte solche macht nur mit einem höchsten könig sagen aber natürlich dass die einfach nach dem gesucht haben ich muss ich immer was bitten einen sehr großen gefahren will es mir helfen der könig samen zu finden sie sind unser schöner größer schatz und ich glaube dass wir mit ihrer hilfe das blumenkönigreich retten können die königse haben werden die brenner wolken vertreiben die bau so umkreisen weil es uns gelingt sie an so zu werden können wir bau erreichen ich freue mich ja so vielen dank gut dann sollten wir gleich zum welchen gebirge nötig von hier aufbrechen es gibt einen königsamen im palast blüteninseln die blüteninseln liegen in der mitte blumenkönigreich die anderen gebiete umgeben sie auf allen seiten hier nach nord um zum welchen gebirge zu gelangen auf der gesamtkarte siehst du wo die blüteninseln mit anderen gebieten verbunden sind öffnet die gesamte karte mit dem du mit hilf an elf oder x jahre kann man also nicht lang hausar hey hausar schatz müssen führen diesmal hat darauf kein bug weiß nicht wissen nicht was er vor hat das war aber nichts mal herausfinden da steht auch welt eins hat eine blüteninseln ist gar nicht welt zwei gesamtkarte ok welchen gebirge ist wir zwei haben ja 1 2 3 4 5 6 es gibt sechs welten und dann die blüteninseln das noch zwei wohnungswelten gehen wird das finden wir irgendwann heraus nicht morgen nicht beim nächsten mal aber seid trotzdem gespannt auf die nächste folge denn da geht es dann in eine neue welt mit neuen gebieten mit neuen leben mit einer abenteuer ja 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 ja